Ich grüße euch meine lieben Zuschauer, Teil 2 zum Thema LHD 65. Ihr wisst ja, TTN, egal ob jetzt hier der Fingst Network oder wenn ihr das Helium Netzwerk verwendet oder euren eigenen Fingstack Server habt, diese ganzen Server und Netzwerke, die speichern die Daten nicht. Die sind lediglich für den Datentransfer zuständig, aber wo die Daten dann letztendlich landen und wo die dann ausgewertet werden und wie das interessiert das LoRaWAN Netzwerk herzlich wenig. Deswegen ist jeder Anwender hier gezwungen, selbst eine Lösung entweder zu entwickeln oder auf eine fertige zurückzugreifen, wo er dann Einsicht in diese Daten hat. Ihr kennt das wahrscheinlich, ich habe so eine Web App von meinem GPS Tracker schon gemacht und ich habe auch hier eine, die wurde jetzt aktualisiert. Für V2 gibt es ja die identische App, diese Web App, diese BHP App, nur die funktioniert ja mit dem Stack V3 nicht mehr und dieses Video hier ist ja das Update dazu. Wir sehen hier, der Sensor läuft und wir bekommen auch hier schon Daten. Ich werde jetzt hier das Ganze noch einmal am Server löschen und euch genau zeigen, wie ich das eingerichtet habe, so dass ihr die Daten auf euren eigenen Webspace bekommt. In der Zwischenzeit, ihr schaut euch das Intro an und wir treffen uns dann direkt am Computer. Ich befinde mich wieder hier in der Konsole, genau an der Stelle, wo wir auch letztens aufgehört haben. Und ihr wisst noch, wir haben zwei Geräte hinzugefügt, einmal mit OTAA und einmal mit ABB. Zum Schluss habe ich ABB gemacht, deswegen bleibt das jetzt auch hier so. Es spielt aber keine Rolle, ob ihr hier OTAA oder ABB nehmt, denn es ist komplett identisch. Und ihr wisst auch noch, der Payload Formatter, also dieser Payload Decoder, wie man es unter den Stack V2 nennt, den müsst ihr hier integriert haben, das ist ganz wichtig, sonst bekommt ihr hier die Daten nicht zu diesem Webserver. Und dann gibt es hier den Menüpunkt Integrations und hier gibt es jetzt MQTT, Storage Integration, Amazon Web Services, Microsoft Asia und so weiter. Da kann man einiges auswählen, für uns sind jetzt hier diese Webhooks wichtig. Und da kann man jetzt einen neuen Webhook hinzufügen. Und bevor wir den hinzufügen, müssen wir hier einmal unsere Application, die wir hier haben, zum Laufen bringen. Und jetzt gibt es hier zwei Möglichkeiten, entweder ihr habt schon einen Webhooks oder ihr macht euch hier kostenlos einen Webspace auf, das geht zum Beispiel bei Beplaced. Ich habe im alten Video, wo das Ganze hier unter Stack V2 noch lief, da habe ich das genau erklärt, wie beim Webhooks das funktioniert, wie ihr über FTP hochladen könnt und so weiter. Schaut da einfach hinein, wenn ihr hier mit dem Thema nicht so fit seid. Ansonsten, ihr müsst nur auf meinen Blog gehen, es gibt hier eine aktualisierte Version, die ist in so einem ZIP-Ordner, da befinden sich vier Dateien. Einmal das SQL-Template-File, das müsst ihr einfach auf euren MySQL-Server importieren. Das geht über phpMyAdmin, ganz einfach, einfach hier auf Importieren klicken, die Datei auswählen und das war es dann schon. Und wichtig ist hier, in die config.php hineingehen und da steht die Konfiguration drinnen. Und hier habt ihr auf euren Webspace ganz andere Parameter, also ihr habt hier einen Datenbank-Username oder ein Datenbank-Passwort, dann den Namen von der Datenbank selbst und den Host. Oft läuft der MySQL-Server am selben Host wie der Webserver, dann ist es Localhost, ansonsten könnt ihr hier eine IP-Adresse hineinschreiben, eine Domain. Dann müsst ihr wirklich diese Daten eingeben, was euch der Webhost davor gibt oder wenn ihr einen eigenen Webserver betreibt, was ihr hier zuvor angelegt habt. Und dann gibt es hier noch die Funktion, ist auch selbsterklärend, WriteLog. Da wird ein Log.dxd-File am Webserver erstellt, sobald hier Daten übertragen werden. Ist auch nicht schlecht zur Fehlersuche und damit man auch hier wirklich mal sieht, was kommt denn hier alles an Information vom Thing-Network zu meinem Webserver. Wenn ihr hier das angepasst habt, dann könnt ihr das hier speichern und diese drei Dateien, die schiebt ihr dann auf euren Webserver. Die könnt ihr hochladen mit WinSCP, FileZilla oder auch von mir aus der Windows, FTP Explorer, spielt keine Rolle. Wichtig ist, die Daten müssen am Webserver ankommen. Und bei mir ist das schon passiert. Ich habe hier jetzt eine Domain angelegt, das ist hier IoT-Server, das ist einfach nur so ein Testprogramm und fertig. Und wenn wir hier mal aktualisieren, wir sehen jetzt hier keine Daten in der Datenbank. Ist klar, es ist ja noch kein Webhook eingerichtet worden. Ich gehe jetzt hier bei TTN auf Add Webhook und da habe ich jetzt auch wieder viele, viele Möglichkeiten. Zum Beispiel auch hier TTN-Mapper, das werden wir auch mal in Zukunft behandeln mit dem Lora-GPS-Tracker. Ist auch eine interessante Sache, gibt es auch viele Wünsche dazu. Wir brauchen aber einen Custom-Webhook. Und da kann man wieder eine ID vergeben. Da kann man grundsätzlich alles nehmen, was hier so frei zur Verfügung steht. Ich schreibe jetzt hier einfach mal IoT-Server-Test zum Beispiel. Und dann wählen wir hier als Webhook-Format JSON aus. Und dann haben wir hier diese Base-Earl. Da geben wir jetzt hier, ich habe das schon einmal getestet vorab für euch, damit das auch wirklich funktioniert, IoT-Server-AEQ-Web.com ein. Deswegen, ihr müsst hier wirklich die Domain hineinschreiben, die euer Webhoster vorgibt oder die ihr habt. Und dann ist hier noch der Punkt Uplink-Message. Das bedeutet, bei jeder Verbindung, also bei jedem Datenpaket, was gesendet wird, wollen wir ja eine Weiterleitung haben. Und hier einfach auf die slash ttn.php-Datei. Ihr erinnert euch, das ist hier diese Datei. Wir können auch hier mal hineinschauen. Die handelt das Ganze und fügt das im Datenbank-Server ein. Müsst ihr euch aber hier nicht näher befassen. Und die Index.php, die zeigt uns ja dann anschließend die Daten an. Und das war es eigentlich. Mehr brauche ich nicht. Und ich gehe jetzt hier auf Add Webhook. Das ist jetzt hier alles eingerichtet. Und jetzt vor sechs Minuten ist das letzte Datenpaket gekommen. Ich werde jetzt hier noch einmal aktualisieren. Wir sehen auch, dass hier noch nichts ist. Und ich gehe jetzt hier einfach einmal auf mein Smartphone. Denn von da aus kann ich euch das auch zeigen. Die Seite ist ja einigermaßen mobil. Und dann sollten wir hier von unseren LHT65 schon die Daten sehen. Am Web-Server ist alles eingerichtet. Ich kann auch hier noch einmal aktualisieren. Wir sehen jetzt hier am Smartphone die Meldung, dass wir hier noch nichts in der Datenbank haben. Und jetzt müssen wir hier kurz abwarten. Der Sensor wird hier gleich mal blinken in ein paar Sekunden. Und dann werden neue Daten gesendet. Und dann werden wir hier noch einmal aktualisieren. Und dann sollten wir die Daten von diesem Sensor hier am Smartphone auf unseren Web-Server sehen. Der Sensor hat aufgeleuchtet. Die Daten wurden gesendet. Und wenn ich jetzt hier aktualisiere, haben wir hier plötzlich eine Seite. Und wir sehen jetzt hier sehr schön die Daten. Wir sehen, dass das jetzt hier um 18.32 Uhr gesendet wurde. Stimmt mit der Uhrzeit überein. Und wir haben hier 19,84 Grad. Das ist der externe Sensor, den ich jetzt hier nehme. Und die Feuchtigkeit beträgt hier 52,2%. Und die Batterie ist hier noch bei etwas mehr als 3 Volt. Und das ist hier über mein Gateway, über das LR8 gekommen. Mit einer Signalstärke von minus 56 dB. Das ist ziemlich hoch. Wobei klar, das Gerät oder das Gateway ist hier nur ein paar Meter von mir entfernt. Und hier steht noch die ID von euren Sensor oder diese Application-ID, Device-ID genauer gesagt. Ja, und das ist eigentlich so das Script. Das heißt, ihr könnt jetzt hier auf euren Web-Server ständig die Daten hier über das Smartphone oder über den Browser hier einsehen. Und der Sensor sendet das, wie wir es eingestellt haben, alle 10 Minuten. Ich befinde mich hier in meinem FTP-Client. Das ist bei mir Wien-SCP. Und ich bin hier auf dem Web-Server. Und wir sehen hier diese drei Dateien. Und nachdem es ja schon bereits einen Datentransfer gegeben hat, kann ich hier einfach mal aktualisieren. Und jetzt sehen wir hier, es ist eine vierte Datei. Das ist diese log.dxt-Datei. Und da befindet sich jetzt hier dieses RAW-Datenpaket. Ich zeige euch gleich hier mal, wie das jetzt aussieht. Wir werden das hier formatieren. Und dann wisst ihr auch, wie dieser PHP-Script in etwa funktioniert, wie hier die Daten zusammengesetzt werden. Das ist hier so ein Tool, wo man diese JSON formatieren kann. Ich füge die hier mal ein. Und dann wird das hier auch sehr schön sortiert oder grafisch dargestellt, wo wir dann wichtige Sachen sehen. Und hier haben wir zum Beispiel diese Uplink-Message. Das ist für uns ganz wichtig. Wir haben hier die Payload. Und hier haben wir diese dekodierte Payload. Battery-Voltage. Dann die Feuchtigkeit. Unsere zwei Temperatursensoren. Dann sehen wir auch hier zum Beispiel über welches Gateway diese Daten gekommen sind. Und mit welcher Konfiguration, Spreading-Faktor, Bandbreite. Das sind so Sachen, die sind schon hier ganz wichtig. Und genau diese Sachen werden jetzt hier angezeigt. Ich kann auch hier nochmal aktualisieren. Und dann haben wir hier diese Device-ID. Und das sind dann hier die Daten, die genau aus dieser Schnittstelle, also genau das, wird hier am Web-Server gesendet. Und die PHP-Datei, die ttn.php, holt sich hier die wichtigsten Sachen genau aus dieser JSON-Datei oder aus diesem JSON-Datensatz heraus. Und das wird dann hier eben so, wie ihr schon kennt, dargestellt. Das war es jetzt hier wieder zu dem Thema LHT65. Ich denke mal, für die nächsten paar Jahre ist das hier aktuell. Und wenn sich hier wieder gravierend etwas ändert, dann wird es auch hier noch einmal ein Video dazu geben. Oder besser gesagt ein Update. Sensor hat schon wieder gesendet. Haben wir gerade gesehen. Und ihr wisst ja alle Informationen. Ich schreibe euch das hier wirklich am Blog zusammen. Und ihr bekommt auch die Dateien für dieses nette kleine Tool. Ich werde auch hier wahrscheinlich noch etwas zum Thema Webspace und MySQL schreiben, denke ich mal. Damit das auch für die, die jetzt nicht so viel Ahnung von dem Thema haben, auch hier das wirklich in Betrieb nehmen können. Das war es jetzt eigentlich. Mehr gibt es jetzt zu dem Thema nicht zu sagen. Außer, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Da gibt es dann wieder ein spannendes Thema. Ich denke mal, es wird wieder zur Abwechslung etwas mit Elektronik sein. Also passt auf euch auf. Macht es gut. Euer Alex. Ciao. 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 Vielen Dank.